digitales geschichten erzählen ganz einfach gemacht hallo mein name ist bernhard lill seit 20 jahren bin ich journalist ich habe für tageszeitungen und magazine gearbeitet und für den hörfunk heute mache ich überwiegend online und smartphone-journalismus denn ich halte das internet für die interessanteste und vielfältigste plattform für medienmacher in meinen workshops zeige ich wie man mitreißende multimediale reportagen produzieren kann dabei stelle ich viele kostenfreie online tools und apps vor die dabei helfen kurze filme für social media zu produzieren außerdem geht es immer wieder um die storyline wie baue ich eine gute geschichte auf möchten sie mehr details dann kontaktieren sie mich doch bitte das geht am schnellsten über twitter